servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal viele dürften es wahrscheinlich schon mitbekommen haben dragonflight erscheint am 29 11 ich konnte leider mir es nicht einrichten vorher oder zur ankündigung schon das video fertig zu haben da ich unterwegs war dementsprechend gibt es das eben jetzt wir wollen nicht nur auf das datum gucken sondern was zusätzlich noch angekündigt wurde es wird bis dahin wieder ein ep buff geben blizzard hat auch bekannt gegeben wann die die season die erste season von dragonflight losgeht und so weiter und so fort das begrüßt uns jetzt auf der webseite dragonflight erscheint am 29 11 22 schließt euch ab dem 29 november den drachenschwärmen von azaroth auf den dracheninseln an ihrer angestammten heimat holt euch jetzt ein abonnement und stürzt euch ins spiel um bereit zu sein mit dragonflight dem nächsten kapitel der warcraft saga eine neue ära des abenteuers zu beginnen werfen wir einen blick auf den kalender das ist der dienstag den auch schon ein leaker vermutet hatte also da hat sich blizzard wieder mal schön tief in die karten gucken lassen mittlerweile glaube ich auch dass das absicht ist so viele interner wie da in letzter zeit eigentlich schon beim letzten addon und davor rauskamen wir können jetzt gucken zum vorverkauf oder dragonflight entdecken kaufen wollen wir es nicht und dragonflight entdecken ok da ist derselbe krams der schon seit der erweiterungs ankündigung dabei ist das finde ich ein bisschen schade ich finde zum zur ankündigung des release dates hätten wir auch noch mal hier alles ein bisschen auf vordermann bringen können mit neuen inhalten und so weiter beispielsweise dass man sich hier vielleicht auch mal durch die talentbäume klicken kann aber gut was wer bin ich schon um sowas zu fordern bleibt zeit uns erst mal den launch trailer oder den release date trailer anzugucken hatte jetzt alles sich namen verlinke ich euch in der video beschreibung den fände ich tatsächlich was ich bisher gesehen habe ganz cool also findet die atmosphäre die hier entsteht mit den drachen und so weiter das sieht schon ganz cool aus moment machen wir mal kurz ein bisschen lauter ich verstehe sonst nichts ich verstehe auch so nicht viel es ist super undeutlich open your mind to what is yet to come ach so bevor wir weitermachen wenn in dem trailer keine enden vorkommen bin ich pisst oh oh gott wie süß damn it okay das fast so gut wie enden okay highlight highlight des trailers muss ich noch was sagen das kommt auf jeden fall ins äh ins thumbnail da können wir einen drauf lassen schmatzt er sogar er schmatzt sogar weltklasse für die ehemaligen aspekte also das ding sieht schon ganz cool aus muss ich sagen was mir sehr sehr gut gefällt ist die atmosphäre des videos welche so übermittelt wird also sprich von äh weiß nicht welche aufnahme warte hier das das gefällt mir echt sehr sehr gut also die dracheninseln sehen echt ziemlich schön aus das muss ich sagen das kommt auch auf der beta sehr gut rüber und hier diese diese szene hinten mit dem sonnenuntergang oder aufgang whatever die drachen die im hintergrund rumflattern das wäre zum beispiel auch was was ich mir fürs fertige spiel wünschen würde da habe ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so drauf geachtet aber wenn wir schon auf den dracheninseln sind würde ich es mir wünschen dass da halt auch ab und zu mal welche rumflattern und damit rede ich nicht von einem in zwei stunden sondern das dürfen auch ruhig mal so ein paar schwärme in anführungszeichen sein also rein optisch cooler trailer wäre ich jetzt aber neu in dem spiel beziehungsweise auch so als alteingesessener wo w spieler frage ich mich jetzt was ist denn jetzt das besondere da dran also ja man sieht die trakt hier am ende die als neues volk klasse verfügbar sein werden hier man sieht drachen die gebiete und vor allem dieses drachenfliegen da bin ich immer noch kein freund von das werde ich wahrscheinlich auch nicht werden wird in den vordergrund gestellt und wenn ich jetzt ehrlich bin das ist das wird es nur kurz am rande mehr will ich dann dazu auch nie sagen das ist glaube ich auch so mein hauptkritikpunkt den ich bisher an dragonflight habe aber ich will es noch nicht weiter ausführen weil ich will erstmal abwarten da kommt vielleicht noch einiges was auf uns zu mir fehlt so das hauptfeature dieses addons ja die talentbäume und drachen reiten aber das sind halt für mich nebensächlichkeiten nichts wo ich mich richtig rein versenken kann beispielsweise wie ein artefakt waffensystem oder selbst das herz von azaroth und so weiter war ja dann umfangreicher weiß nicht weiß ich weiß ich weiß ich noch nicht ob was da so auf aber wie gesagt ich warte erstmal ab und gucke was uns auf uns zukommt atmosphärisch wie gesagt sieht das wirklich sehr sehr nice aus keine enden im trailer dafür gibt es natürlich auch einen plus minus punkt den kann der baby tusker auch nicht wettmachen aber in kombination mit dem otter sagen wir zu 90 prozent aber nicht ganz ansonsten was wir noch wissen oder herausgefunden haben es kommt dieser 50 prozent extra xp buff zurück ins spiel und zwar mit dem vierten oktober ab da könnt ihr dann wieder 50 prozent extra xp ergattern und schneller leveln und schneller questen und das weiß ich dazu die erste season von dragonflight beginnt mit einem wenn ich jetzt ehrlich bin nicht so geilen datum und zwar dem zwölften dezember tatsächlich mythic und cross-faction gameplay werden direkt ab der ersten woche verfügbar sein stand aber jetzt auch noch nichts von cross-realm dabei da bin ich dann auch mal gespannt das mit mythic ok weil wäre das wieder erst eine woche später unlockt wurden dann am 19 dezember das wäre halt dann voll in die weihnachtswoche gescheppert das hätte ich persönlich auch nicht so geil gefunden so bin ich ehrlich gesagt auch kein freund davon ich hätte auch damit leben können von mir aus zu sagen die erste season beginnt im januar aber letzten endes da ich nicht vom 24. bis 26. auf einer insel mit meinen verwandten leben werde sondern auch einige zeit in meiner bude verbringen werde bleibt für mich persönlich trotzdem einiges an zeit zum zocken dementsprechend alles nicht so schlimm nun gut jetzt wissen wir es 29 11 pre patch habe ich noch nichts gesehen gehört müssen wir mal schauen was uns da erwartet schreibt gerne mal in die kommentare freut ihr euch drauf freut ihr euch nicht drauf mögt ihr enten mögt ihr baby tusker das sind so die wichtigsten fragen die ich mir gerade stelle damit auf jeden fall danke fürs zusehen ich wünsche euch noch ein schönes wochenende schönen abend und reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.